Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist der Doppelschlag Golan Jetzt der Schuss Prinz Boateng Guter Vorstoß da jetzt Nein, Golan Da kommt Kurze Variante bei dieser Ecke Da ist die Flanke Da ist die Flanke Ah, der ist link Der hat der Spieler fest verhaft Was für ein Fake bei diesem Eigentor Aber das ist das Risiko Wenn du dazwischen gehen willst Dann fällst du auch mal einen Ball um dich ab Und damit haben wir den ersten Ah, da spielt der Liebermann zum Torwart zurück Lukaku Sie haben diese Partie Jetzt doch mehr oder weniger im Bild Sieht im Moment gut aus Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen Sieht vielversprechend aus Du warst Zapata Und da ist jetzt Platz Der Kopfball ist rein Und das Tor Da macht der alles richtig Trifft den Ball gut mit dem Kopf Klasse Kopfball Da gibt es nix zu halten Genau im richtigen Moment hochgesprungen Gebrauchter Tag oder Bescheid Kann man so sagen Er ficht den Ball nicht zum ersten Mal aus dem Netz heute Das kennen wir Lukaku mit dem Zuspiel Der spielt er gut Der ist drin Und da macht der gleich Musik 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 Bis zum nächsten Mal.